Wenn man in den Bergen zu Hause ist, benötigt man unbedingt ein bergtaugliches Mountainbike. Bei der Auswahl des richtigen Bikes sind einige Punkte zu beachten. Ich habe mich unter Berücksichtigung dieser Punkte für ein Highbike High EQ X-Duro 29 entschieden, das garantiert bergtauglich ist. Die Bremsen besitzen extra große Bremsscheiben mit einem hydraulischen Bremssystem. Damit ist ein weiches Abbremsen möglich, aber auch ein hartes, scharfes Bremsen. Musik Nun stellt sich zunächst die Frage, sind Fahrräder mit Hilfsmotor nur etwas für Rentner? Nun, Pedelecs und E-Bikes haben sich hierzulande längst zum Verkaufsschlager gemausert. Man geht davon aus, dass bereits mehr als 700.000 Deutsche ein solches Fahrrad besitzen, mit steigender Tendenz und das nicht nur Rentner. Besonders in den Bergen können nun Wege befahren werden, die sonst bestenfalls nur von gut durchtrainierten Mountainbikern oder von Wanderern benutzt werden. Mit einem elektrischen Bike fahren nicht nur Ältere, sondern auch Leute, die in ihrer Leistungsfähigkeit etwas beeinträchtigt sind und können dann dank der Tretunterstützung gut mit allen anderen Radfahrern und sogar mit Sportfahrern mithalten. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Aber ohne Treten oder Kurbelbewegung gibt der Motor keine Leistung ab. Man muss also schon selbst etwas dazu tun und das ist gut so. Es bietet aber auch den gesundheitsfördernden Effekt eines Fahrrades ohne Gefahr laufen zu müssen, sich übermäßig anzustrengen. Ausgedehnte Fahrradtouren sind nun möglich und werden selbst bei Gegenwind oder Steigungen nicht zum Stressfaktor, sondern vermitteln reinen Fahrspaß. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Bereifung besteht aus einem 57 mm breiten, geländetauglichen Reifen. Im Übrigen sind diese Reifen tubeless, das heißt ohne Schlauch, genau wie bei einem Auto. Außerdem rollen sie auch etwas leichter ab. Warum das so ist, dafür hat die Wissenschaft eine Erklärung, die ich hier nicht weiter erläutern möchte. Diese Durchschnittsgeschwindigkeit lässt sich gut halten, ohne dass man sich allzu sehr anstrengen muss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Der Krafttank des gesamten Systems ist die wunderbar leichte Lithium-Ion-Batterie. Sie wiegt nur 2,4 Kilogramm. Die Kapazität beträgt 288 Wattstunden bei 8 Ampere und 36 Volt. Die Lebenserwartung beträgt etwa 1000 Ladezyklen. Auch gibt es ein leichtes Schaltnetzteil von Bosch dazu. Es kann eine leere Batterie in 2,5 Stunden auf 100% aufladen und bei 90 Minuten sind 80% bereits erreicht. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie lange hält die Batterie und wie viel Kilometer kann man fahren. Hierzu kann man von den Herstellern keine genauen Angaben bekommen. Aber es gibt Erfahrungswerte. Zum Beispiel in der Eco-Stufe mit der kleinsten Leistungszugabe ist eine Reichweite bis zu 130 Kilometern möglich. Gut, die fährt man natürlich nicht. Ich fahre zum Beispiel in der Stellung Tour auf 3 und kann, wenn alles vollgeladen ist, damit etwa 70 Kilometer fahren. Der Motor kann an verschiedenen Stellen angebracht sein. Hinten in der Rücktrittnarbe, in der Mitte am Tretlager oder am Vorderrad. Befindet sich der Motor am Hinterrad unter dem Gepäckträger mit der Batterie, führt das dazu, dass das Rad beim Fahren pendeln kann. Gewöhnungsbedürftig ist der Motor am Vorderrad, denn dadurch zieht das Vorderrad und bei glatten oder sanienem Untergrund oder bei Steigungen kann es leicht den Bodenkontakt verlieren und durchdrehen. Deshalb habe ich mich für meinen Pedelec, für den Mittelmotor und dazu noch hochgesetzt entschieden. Damit ist hier im alpinen Gelände auch noch genügend Bodenfreiheit da. Ein gutes Pedelec ist leicht und lässt sich genauso gut auch ohne Motor fahren, wie ein entsprechendes Fahrrad ohne Elektroantrieb. Wobei zu bedenken ist, dass ein billiges E-Bike bis zu 30 Kilo wiegen kann, die auch bewegt werden müssen. Mein Bike wiegt 19,8 Kilo inklusive Akku. Untertitelung des ZDF für Wettbewerbs Auf der Geraden ist das gar kein Problem, mit 25, 26, 27 zu fahren. Hier geht es ganz leicht bergauf. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank! Vielen Dank! So, sind wir durch? Ja, ich befürchte es. Ja, ich befürchte es. Abschließend kann ich jedem nur wärmstens ein Highbike empfehlen. Ich bin damit äußerst zufrieden und betone hiermit, dass ich weder einen Vertrag mit Highbike habe, noch in irgendeiner anderen Weise an deren Umsatz beteiligt bin.